Und Damen und Herren, herzlich willkommen und einen wunderschönen guten Abend zu einer neuen Folge Let's Play Clash of Glance. Oft gefordert, längere Zeit abstinent, heute wieder da, der Account von Pepsi, ausbrenne ich in 2.0, also mit der Ratus Level 8. Sie hat vor kurzem, ihr seht's hier links oben, Level 93 erreicht und ich denke mal, dadurch, dass wir die Base schon länger nicht mehr vor uns hatten, bringe ich euch auf den aktuellen Stand, auch wie ich es ab und an bei meiner Base mache, wie es läuft, auf was ihr upgradet, was abgeht. Also, ich muss mich einmal revidieren, ich habe im letzten Video gesagt, dass sie DEV-technisch ganz gemaxt ist, das stimmt so nicht. Eine kleine neue Sache habe ich vergessen, der Luftfeger, der ist hier noch auf Stufe 3, den muss sie noch upgraden, das heißt, das Gold, das sie aktuell sammelt, sammelt sie für den Luftfeger. Ansonsten aber alle Bomben, alle Minienwerfer und und und, ist wirklich alles maximale Stufe, sodass sie das Gold jetzt eben noch einmal für den Minienwerfer sammelt und dann macht sie sich fleißig ans Mauer-Upgrade und sie möchte ja die Base wirklich komplett ausmaxen. Zentrum hat sie es eben hier schon mit 8er Mauern geschmückt und außenrum, die 7er, sollen dann auch noch alle schwarz werden. Elixier, habe ich mit dir heute ein bisschen geredet, ist es insoweit ärgerlich, die Mauern kann man zwar von 8 auf 9 mit Elixier upgraden, aber 9er Mauern gehen erst ab Rathaus 9. Deswegen, wenn wir ins Labor reinschauen, ihr wisst das vielleicht schon, sie hat alles, was mit Elixier geupgradet werden kann, gemaxt. Muss sie also, habe ich hier vorgeschlagen, einfach in Zukunft teurere Angriffsformationen wählen, dass sich das Elixier nicht irgendwann umsonst anstaut oder ganz viel bei Angriffen geklaut wird. Habe gesagt, sie kann es zum Beispiel mit Dralun probieren oder kann es mal nur mit Luns und Wut zaubern und dahinter ein paar Bogen oder wie auch immer. Ein dunkles Elixier, warum nicht Lunien? Ganz klar deswegen nicht, weil, ihr habt es gerade schon gesehen, das muss sie noch sparen. Hier gibt es noch Upgrade-Potenzial, sowohl der Minion als auch die Walküre, Schweinereiter und Golem kann alles nochmal geupgradet werden. Jetzt wird hier auf den Golem gespart, für 60.000 bringt sie den auf die nächste Stufe Halbzeit, also die Hälfte ist erreicht. Bei Bahnkönig fehlen dann noch 3 Level, den möchte ich auch auf die maximale Stufe hochziehen, ist momentan auf Stufe 7. Und dann muss man wirklich sagen, ist es eine schöne Rathaus Level 8 Base, also kann man nicht meckern. Für meinen Geschmack, was ich an ihrer Stelle ein bisschen früher gemacht hätte, wäre einfach der Golem gewesen. Hätte wirklich auch im Clan-Wort natürlich sehr, sehr viel gebracht, aber man kann nicht alles haben. Und man zieht auch daran, Marie hat in dieser Season, die sich jetzt bald schon am Ende hinneigt, aus zwei Angriffe gemacht. Sie hat einfach Schule nebenher und hat nicht die enorme Zeit hier ununterbrochen zu clashen. Und ich habe auch immer gesagt, auch wenn sie Anführer von 2.0 ist, das Ganze soll ein Hobby bleiben. Sie soll es nicht krankhaft machen und deswegen ist es für mich auch völlig in Ordnung. Angriffstechnisch aktuell ist sie noch am Batschen, ein paar waren mehr, dadurch, dass sie sich einfach schneller ausbilden. Was aber sehr, sehr spannend ist, ist momentan der Clan-Wort. Schaut euch das mal an. 26 Angriffe benutzt Brennerchen 2.0, 29 Angriffe Chupa. Wir schauen uns erstmal den gegnerischen Clan an. Ist hier ein internationaler Clan, also lässt sich nicht feststellen, woher genau. 24 gewonnen in Clan-Wort, 31 Brennerchen 2.0. Und das Gute ist, es kann Lieblieb noch angreifen und Mati, also die 1 und die 2. Und dann können noch Bene und Knigge seiner angreifen. Beim Gegner noch ein Angriff, die Nummer 6. Und wenn wir es mal durchscrollen, ich denke mal, wir schauen uns vorher noch die Statistik an, wie es denn ausschaut. 5 zu 4 3 Stars, da führt Brennerchen 2.0. 7 zu 10 2 Stars und 3 zu 1 1 Stars. Also bei den 1 Stars, 3 Stück, ist ein bisschen blöd, wenn wir mal schauen, welche. Die 1 und die 2, das kann passieren. Und dann auch die 4. Also es könnte zum Beispiel sagen, Lieblieb geht auf die 4. Der hat ja gemaxste Truppen, wir schauen uns mal an. Ja, da sollte doch ein 2 Star eigentlich auf alle Fälle drin sein. 14er und 15er Helden. Und insgesamt noch nicht so eine starke Base. Und die 2, dass ich seinen Namen auch kurz sage, Mati, der kann irgendwo unten vielleicht auf 3 Sterne gehen. Also weiß ich nicht, wäre der früheste zu 3 Star noch die 11. Wir können uns ja mal die 9 und die 11 spaßeshalber anschauen, ob man hier einen schönen Hybridangriff wo landen kann. Hier zum Beispiel, das wäre ein in meinen Augen leichter Traloon 3 Star. Man schaltet, ich sage schon Traloon, nein, Lavaloon natürlich. Man schaltet Queen und Luftabwehr hier aus und kommt dann insgesamt mit 3 Lavalhounds und Loons und tobt sich da wirklich aus. Also das würde hier einwandfrei funktionieren. Wäre ich jetzt richtig heiß drauf selber anzugreifen? Kann ich leider nicht. Lass uns zum Vergleich mal noch die 11 checken, was bei der so ginge. Hier haben wir auch eine eher mittelmäßige Rathaus 9 Base. Queen wieder ganz außen. Dafür hier die Luftabwehr ein bisschen weiter innen. Also da würde ich eher noch die 9 für den Hybridangriff benutzen. Und dann wären es schon 2 Sterne mehr. Und das wäre der Sieg. Ja, im unteren Bereich natürlich ganz klar angreifen können eben noch die 12 und die 13. Wenn sie gut drauf sind, kann man bei der 11 vielleicht irgendwie auch was reißen. Oder eher dann noch bei der 9. Aber ich lege meine Hoffnung in die 1 und in die 2. In Lieblieb und in Mati. Ich hoffe, sie enttäuschen mich nicht. Und natürlich auch den kompletten Clan nicht. Das wäre dann ein sehr, sehr knapper Sieg. Ich weiß gar nicht, wie der letzte Clan war. Wir können ja mal kurz reinschauen. Dann nämlich nach diesem Clan, dann wird auch Level 5 geknackt. Also fast zeitgleich mit uns. Wir haben jetzt vor ein paar Tagen Level 5 erreicht. Und siehe es auch, was natürlich vom Spenden wirklich ein Traum ist. Also fehlen hier noch 89 Erfahrungspunkte. Und im Kriegslog sehen wir, es gab einen Unentschieden. Und 3 Niederlagen wird also mal wieder Zeit für den Sieg. Und jetzt lasst man noch schauen, ob es dann sicher Level 5 wird. Sie bekommen 100 EPs. Haben es damit also auf alle Fälle, auch wenn es eine Niederlage werden sollte, schon mal erreicht. Clan-Level. Ich muss wirklich sagen, es ist ein Traum. Auch bei uns jetzt, wenn man Truppen spendet. Zum Beispiel auch, ja, ich bin ja gerade am Puschen. Es gibt immer Max Minions. Es gibt Max Bogen. Es gibt, ja, Max Lunes sowieso. Die kann man auch als Rathaus 9 schon haben. Ist einfach eine richtig nice Sache. Was ich euch zeigen wollte, ist der heroischste Angriff. Einmal von Rooster. Der mir persönlich gut gefallen hat. Das war ein Golem-Wizard-Angriff mit Blitz, 2 Wut, 1 Jump und 1 Freeze. Gegen er hat 10 Base mit 11er und 12er Helden. Er hat sogar nur einen King dabei. Nicht mal die Queen. Und ja, wir schauen uns gleich mal, wie er sich geschlagen hat. Ist alles im All natürlich eher eine Rathaus 9 Base, die, ja, ja, überschaubar ist von der Stärke. Er kommt jetzt hier unten mit 4 Golems. Clamook ist noch nicht gedroppt. Macht dahinter die Magier. Und räumt mit den ersten Mauerbrechern die ersten Mauern weg. Ein paar Gebäude standen hier auch schon außen. Die Kanonen zum Beispiel, wo sich die Golems erstmal darum gekümmert haben. Den Jump hat er schön gesetzt über den Inferno, sodass da mehrere Bereiche wirklich dann abgedeckt werden. Clamook ist gerade ganz leicht schon gelockt worden. Habt ihr gesehen, ist ein Golem raus. Der Wut eigentlich, vielleicht für meinen Geschmack, ein bisschen weit außen. Also hätte man weiter innen machen können, dann hätten die Golems jetzt hier beim Inferno auch noch was gehabt. Die Clamook kommt inklusive Hexe. Er setzt den Blitz hinten auf die Hexe drauf. Die wurde damit wunderschön ausgeschaltet. Also das hat einwandfrei funktioniert. Und wie es jetzt sein soll, tanken die Golems vorne weg. Der Barbarenkönig ist am Start. Freeze auf den zweiten Inferno. Da hätte man vielleicht noch den X-Bow mitnehmen können. Aber hat am Ende jetzt bezüglich Rathaus down gehen lassen. Keinen Unterschied gemacht. Jetzt musste er auch den King zünden, dass der hier zumindest noch ein bisschen austeilen kann. Magier waren auch noch am Start. Haben dann den X-Bow noch down bekommen. Und jetzt hat er noch zwei Bogen und zwei Magier. Und auch ein paar Minions. Hier hat er eine Minion schon gesetzt. Und man sieht hier in der Mitte, die Golems tanken immer noch. Deswegen kümmert sich der X-Bow nicht hier außen um die Minion. Und es sind wirklich bei dieser Base glücklicherweise mehrere tote Gebäude. Wie er sich dann auch am Ende wirklich richtig schön die 50% sichern konnte. Also jetzt seht ihr, war der Two-Star sicher. Und bis auf den Wut, muss ich sagen, fand ich war alles schön gemacht. Hier natürlich gut, was er vorher gemacht hat. Hat sich vorbereitet, geschaut. Wo sind tote Gebäude, welche Einheiten nehme ich am besten mit, um die auszuschalten. Und ist dann mit 54% ausgestiegen. Die 3 auf die 3. Also ich denke, das ist doch genau das, was man haben will. Auch der Gegner hat nicht schlecht gemacht. Der ruhigste Angriff von Warren. Kann ich euch ehrlich gesagt gar nicht sagen, was das heißt. Wahrscheinlich nichts Besonderes. War hier die 2 auf die 2. Also gegen Matti. Und wenn wir mal kurz pausieren und uns da die Truppen anschauen. Er hatte keinen King dabei. Also die Regeln gibt es bei diesen beiden Glans. Das ist hier nichts brennreich in 2.0. Und auch bei denen, dass man eben nur mit beiden Helden mitmachen darf. So ist das bei uns. Er hat einen Freeze gemaxst dabei. Einen Jump, 2 Wut und einen Blitz. Seine Queen ist auf 20. Und er hat es mit Go-Wipe-Y. Also mit Golem, Wizard, Pekka und noch ein paar Witches. Und haben hier von Matti doch eine stärkere RH10-Base. Gerade das Zentrum schaut nice aus. Helden mit 16 und 15 noch überschaubar. Aber gemaxste Infernus und gemaxste X-Bows, finde ich, machen doch schon einen ganz guten Eindruck. Auch hier kommt er ganz dazwischen mit den Golems, macht die Magier hinterher. Und macht mit den Mauerbrechern die ersten Bereiche frei, um einfach ihnen den Weg etwas zu ebnen. Kommt jetzt schon mit den Hexen und mit den Pekkas. Hier die Außengebäude schön ausgeschaltet. Er hat lang genug gewartet. Der Jump war jetzt entscheidend, dass die Pekkas reinziehen. Allerdings, ich glaube nicht weit genug, um ins Zentrum reinzuspringen. Aber das sehen wir jetzt gleich, wenn es soweit ist. Wenn die Pekkas hier das Goldlager ausgeschaltet haben. Doch, er hat es gar nicht gesehen. Er hat jetzt hier die Clambook geblitzt. Doch, sie können, glaube ich, springen. Jetzt kommt ein Freeze auf den ersten Inferno. Der hat insoweit gesessen. Clambook, ja, Lunes sind immer eine eklige Sache. Die Queen hat sich jetzt hier nach unten verabschiedet. Max Pekkas, natürlich auch eine richtig feine Sache. Der räumt hier auf und holt quasi fast im Alleingang des Rathaus, dieser Pekka. Der hat ihm hier wirklich wörtwörtlich den Arsch gerettet. Muss man in dem Fall mal so sagen. Und hier unten eben der eine Golem noch am tanken. Die Hexe, ähnlich wie bei einem Golem Witches-Angriff, bekommt keinerlei Schaden ab. Er hat jetzt die Queen gezündet. Endlich die Clambook down. Der letzte Balloon ist gedroppt. Golem tankt hier entspannt. Die Hexe bildet ihre Sklette aus. Zwei Minions hat er noch zum Aufräumen dabei gehabt. Ja, und diese Combo aus Queen. Jetzt nicht mehr Golem, sondern jetzt noch ein paar Skletten. Und der Hexe, ja, rettet ihm am Ende dann auch die 50%. Die Sklette gehen auf den Minenwerfer. Neue werden schon wieder gebildet. Jetzt wird die Hexe auch fokussiert. Und die ist dann schon mal halb down. Aber den Skletten sei Dank, sie haben den Minenwerfer vorher ausgeschaltet. Queen ist in der Mitte down. Der Angreifer hat gesagt, gut, ich habe die 50% geknackt. Ich breche gleich ab. Und muss man wirklich sagen, richtig schön. Generell muss man natürlich auch sagen, es ist ein starker Clan. Also wir haben 5 Rathaus-10er hier beim Gegner. Und der Rest ist alles RH9, glaube ich. Lasst uns den letzten kurz anschauen. Komplette Zerstörung. Ne, da haben wir noch einen 8er. Also 5 9er. 2 8er. 3 8er. Muss ich mich mal revidieren. 3 RH8er. Was für Brennerchen 2.0 generell im Clan war ein bisschen oder relativ wenig ist. Und wenn wir mal da rüber schauen, wie es hier ausschaut, da haben wir auch 3 8er. Und ich glaube hier oben, dass ich mich nicht falsch ausdrücke, haben wir bei der 10 noch mal ein Rathaus-8 versteckt, dass der wohl insgesamt ein bisschen stärker ist. Nein. Bisschen komisch. Schaut euch mal die Animation an. Das zerstörte... Das ist crazy. Das Rathaus zerstört sieht aus wie die 8er von hier unten. Ich dachte eigentlich, da hat jedes Rathaus... Also die 10er erkennt man gut. Zwischen 1, 2 und 3 Star ist natürlich auch nochmal ein Unterschied. Klar, das liegt daran, dass es gethree-start wurde. Das ist hier die Ursache. Also, mal wieder was dazugelernt. Ja, also ich drücke den Jungs jetzt auf alle Fälle die Daumen. Hab natürlich eigentlich in die Wege leiten wollen, dass jetzt im Video noch jemand angreift. Wäre sicher spannend gewesen, aber weder Lieblieb noch Mati sind online und deswegen konnte ich euch jetzt keinen Live-Angriff liefern. Ich werde mit euch im nächsten Video, was wahrscheinlich wieder von meinem Hauptaccount ist, nochmal bei Brennchen 2.0 reinschauen, dass wir wissen, ob es einen Clan-Vosig mehr gab oder nicht. Also sie haben jetzt 31 und ich drücke hier ganz fest die Daumen, dass es danach 32 sind. Das war es zur heutigen Folge. Mal wieder mit Peptis Account, bald RH8 Max Base, bisschen dauert es sicher noch. Ich hoffe, dass es euch gefallen hat. Ihr dürftet immer gerne einen Daumen hoch da lassen. Wünsche, Kritik, Anregungen, wie immer unten in die Kommentare rein und wir sehen uns dann morgen Abend zu einer neuen Folge wieder. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.